Freunde, nach langem, langem Warten ist endlich die Enso bei mir. Ich habe sie noch nicht geraucht, ich habe nur kurz den Akku rausgeholt, um den schon mal aufzuladen. Wir testen die heute komplett von Null zusammen. Ich weiß nicht, wie man sie aufbaut im Grunde. Also ich weiß noch gar nichts und wir finden alles zusammen raus. Wahrscheinlich wie bei jedem anderen, wenn er sich eine Enso gezogen hätte und die dann zu Hause aufbaut. Aber erstmal, was ist denn die Enso? Gucken wir sie uns erstmal an. Weil die Unboxing-Experience ist schon lecker. Also ich glaube, es ist fair zu sagen, dass ich im Shisha-Bereich noch nie ein so schönes Unboxing hatte. Boah, das könnte der erste Karton im Shisha-Bereich sein, den ich nicht wegwerfen würde. Ich könnte mir vorstellen, dass ich einfach im Flur komplett für die Enso-Opfer und die genauso mit dem Karton dahin stelle. Und wenn ihr den Karton dann aufmacht, dann haben wir erstmal, und die Enso hat hier so einen Tragegriff, und dann können wir die da easy rausheben. Und dann habt ihr hier als allererstes die Pfeife, beziehungsweise halt alles so. Also können wir uns ja erstmal angucken. Wir haben hier diesen LED-Bereich, der zeigt dann auch an, was halt gerade Phase ist. Wir haben hier ein Drehrädchen. Oh, warte, wir müssen ASMA für dieses Drehrädchen machen. Warte, guck, guck. Ach, ist toll, oder? Wir haben auf der einen Seite einen Schlauchanschluss, auf der anderen Seite haben wir ein Entlüftungsventil. Achtung, bei dem Entlüftungsventil, ich wollte gucken, ob alles mit dabei ist. Wenn ihr das rauszieht und ihr das schräg haltet, dann fliegt euch die Kugel weg. Also passt da auf jeden Fall drauf auf. Die Dinger hier sind übrigens da so gelagert. Also du kannst die actually hier so ein bisschen drehen. Und du kannst halt auch hier an der Seite das Ding abmachen und steckst das gerade auf der anderen Seite drauf. Die Kugel ist weg. Ihr könnt das Teil hier vorsichtig abmachen. Nicht wieder die Kugel verlieren, Marvin. Nicht wieder die Kugel verlieren, so. Und dann habt ihr diesen Pinöpel, den habt ihr an beiden Seiten. Und den kann man, wie gesagt, hier auch so einstellen, wie man möchte. Und was ihr natürlich hinten auch noch seht, ist das hier. Da kommt der Akku rein, der ist entnehmbar. Den kann man einzeln laden oder über USB-C auch hier laden. Und dann haben wir hier noch einen An-Aus-Switch. Das ist wohl so ein... Ach nee, das ist An-Aus für den Lautsprecher. Den haben wir nämlich hier. Und unten haben wir da noch die Bowl. Und oben haben wir auch noch was Spannendes, weil hier, das ist sozusagen der Kopf. Beziehungsweise ist das aktuell nur die Kammer für den Kopf. So sieht das aus. Da ist so ein Keramik-Ding drin und da kann man halt diese Teile reinpacken. Kosten tut die Enso übrigens 420 Euro. Und also für die, die das jetzt noch nicht wussten, sage ich es nochmal ganz deutlich. Das hier ist eine All-in-One elektrische Shisha, bei der man aber die Köpfe selbst bauen kann. Also nicht wie bei der UK, ein Konkurrenzprodukt von der Enso, wo man nur die Pots von UK benutzen kann. Hier kann man selbst die Köpfe bauen und man kann selbst den Tabak befüllen. Es gibt wieder befüllbare Pots und es gibt einfache Pots. Also einmal benutzen Pots. Du kannst mit dem Akku rauchen, der eingebaut ist. Oder du kannst mit dem Netzteil dran rauchen und dann verbrauchst du weniger Akku. Oder du lädst sogar noch beim Rauchen. Das nächste, was wir im Karton haben, ist einmal der Schlauch. Und der ist auch ein bisschen komisch. Und der hat halt so einen Mantel. Ein ummantelter Schlauch. Und einer der größten Kritikpunkte ist die Länge von dem Schlauch. Weil der ist wirklich nicht lang. Ich glaube, der ist 0,7 Meter oder 1 Meter lang in der aktuellen Variante. Und am Ende haben wir wieder so einen Anschluss, dass der halt hier einfach drauf gesteckt werden kann. So, zack. Und dann ist der drauf und fertig. Also mehr musst du nicht machen. Kannst du einfach hier draufstecken, abziehen, wie du das möchtest. Und wir könnten halt, wie gesagt, auch wieder die Seiten tauschen. Also so, zack. Schlauch dran. Easy peasy. Das nächste, was wir drin haben, ist das Mundstück. Achso, by the way, bei dem Schlauch, es soll auch noch eine längere Variante kommen. Haben Sie mir auf der Intertabak erzählt? Wann der kommt? Wie lang der ist? Was der kostet? Keine Ahnung. Kann ich euch nicht sagen. Versand hat bei mir mit DPD aus Ungarn vier Tage gedauert. Ich habe am Freitag die Mail bekommen und heute ist sie angekommen. Also theoretisch fünf, aber Sonntag ist kein Werktag. Also würde ich sagen vier Tage ungefähr versandt. Ob das bei mir besonders schnell, besonders langsam war, I don't know. Vier Tage hat es bei mir gedauert. So sieht das Mundstück aus. Das soll wie gesagt auch nochmal in einer etwas längeren, beziehungsweise in einer Extended-Variante kommen. Hat auch wieder denselben Anschluss. Das heißt, du könntest sogar theoretisch das Entlüftungsventil, ja, funktioniert. Also das soll nur zeigen, die ganzen Anschlüsse sind universal. Oh nein, nicht die Kugel schon wieder. Die Anschlüsse sind universal. Du solltest wahrscheinlich trotzdem das Entlüftungsding lieber da drauf packen und das Mundstück lieber hier drauf packen. So, und dann hast du hier das kleine, süße Mundstück dran. Das ist halt, ne, vor allem, also was halt immer bei dieser Pfeife irgendwie mit reinspielt, ist halt dieser Grundgedanke, dass du sie halt einfach mitnehmen kannst. Ne, das ist halt das Wichtige. Wir haben aber noch mehr Sachen dabei. Und zwar kann man hier noch den Boden rausnehmen aus dem Karton. Und dann haben wir hier Order More Disposable Cups and Mouthpiece Tips hier. Oh, da können wir auf jeden Fall, das gucken wir uns gleich mal an. Dann haben wir noch eine kleine Reinigungsbürste. Wie gut das Ganze sauber zu halten ist, das gucken wir uns in Zukunft an. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal ein bisschen Werkzeug dabei, womit wir da wenigstens durchgehen können. Und dann haben wir nochmal eine Bürste in etwas länger. Ist praktisch genau dasselbe, nur in nochmal deutlich größer. Und dann können wir hier den doppelten Boden rausnehmen. Und dann haben wir noch mehr. Wir haben hier Quick Start Guide. So sieht das Ganze aus. Und auf der anderen Seite stand noch der Rest. Falls ihr es lesen wollt, am besten auf YouTube ein bisschen zurückspulen und dann Abfahrt. So, wir haben aber noch mehr. Wir haben einmal hier dieses Tool. Und das ist, um die Pots aus der Enso rauszuheben. Damit wir die nicht anfassen müssen mit den Fingern. Damit wir uns nicht unsere Fingerchen verbrennen. Und das sieht auch sehr, sehr schön gemacht aus, würde ich sagen. Dann haben wir hier noch einen Brief mit einem Enso-Siegel, Digga. Also Verpackung und Unboxing-Experience haben die sich auf jeden Fall ordentlich Mühe gegeben, würde ich sagen. Ach ja, und was ich auch noch nicht gezeigt habe. Das ist magnetisch, oder? Du kannst also den Schlauch beim Rauchen, wenn du ihn kurz wegstellen willst, einfach da dran bappen. Hier irgendwo nicht mehr, aber hier oben ist ein Magnet. Dann kannst du da einfach den Schlauch dranhängen. Auch wilde Idee. Erstmal unten drunter. Da haben wir einmal Ersatzplättchen, Ersatzkugeln, so ein Zeug. Dann haben wir das Poker-Tool, das eben schon erwähnt wurde, womit wir von unten den Tabak auflockern sollen. Eine sehr, sehr dünne Kopfbaugabel. Also nicht Gabel, ein Kopfbaustecher. Aber wirklich sehr, sehr dünn. Und damit sollen wir dann von unten in die Pots reingehen können. Dann haben wir ein Netzteil, einfach USB-C, also Strom auf USB-C, dass man auch... Oh wow, okay, da ist ein US auf EU-Converter drauf, aber so habe ich das noch nicht gesehen. Und wir haben auch noch ein USB-C auf USB-C-Kabel für die drei Leute, die mir dann schreiben, weil es sie interessiert. Sage ich euch direkt, das Netzteil 12 Volt, 2,5 Ampere haben wir da. Und dann haben wir das vermutlich Spannendste. Und zwar, das sind Hygienemundstücke, das ist nicht das Spannendste, was ich meinte, aber wir haben auch noch ein paar Hygienemundstücke dabei. Haben wir die Pots mit im Leaf... Oh, hier ist... Oh Gott, oh Gott, was ist das denn, Digga? Oh nee! Ein Pot ist kaputt von mir. Das ist scheiße. Einer der wiederbefüllbaren Potts von mir ist kaputt. Ich habe gerade noch dieses Ding hier gefunden, was auch immer das ist. Man kann das hier hochziehen und runter machen und unten ist eine Drahtbürste dran, wahrscheinlich um den Pot sauber zu machen oder den Bereich, wo die Potts reinkommen. Das ist wild. Und dann sollten hier eigentlich zwei wiederbefüllbare Potts dabei sein, aber der erste, den ich hier rausgeholt habe, sieht leider so aus. Und da liegen noch Scherben mit in dem Ding. Das ist natürlich schade, aber man kann sie zum Glück nachkaufen und es sind zum Glück auch mehrere dabei. Und so sollte der aussehen. So sieht das Teil dann ganz aus. Wir haben nämlich einmal Potts aus Keramik. Das hier ist eine aus Keramik. Und die sind wiederverwendbar. Das heißt, die machst du voll, machst du danach sauber, lässt sie abtrocknen und dann kannst du sie wieder benutzen. Auf der Unterseite haben wir ganz viele Löcher drinne und auf der Oberseite haben wir eine große Öffnung, worüber wir unseren Kopf bauen können. Und dann gibt es bei der Enso aber auch noch die Möglichkeit, Einwegpots zu benutzen. Und das sind hier so kleine Alukapseln, die wirklich schon sehr, sehr krass nach Nespresso-Kapseln aussehen. 10 von den Einwegdingern bekommst du. Und dann ist noch ein kleines Extra-Päckchen mit drinne. Und zwar dieses hier. So sieht es aus mit so einem Kupfereffekt. Und da ist ein kleiner Plastik-Tray drinne mit der Batterie. Das ist auch alles, was da drin ist. Mehr ist da nicht drinne. Und das hier ist die herausnehmbare, einzelladbare Batterie der Enso. Wir haben unten an dem Ding einen USB-C-Anschluss. Das heißt, wir können das Teil außerhalb von der Shisha laden. Man kann das sogar noch als Powerbank benutzen. Oder man lädt das Ganze einfach in der Enso. Und rein geht das Ganze auch relativ easy. Nimmst dir deine Enso, machst den Tragegriff ein bisschen nach oben, schiebst das einfach gerade rein. Und dann musst du hier einmal hochdrücken. Warte, ihr seht da oben so kleine Zähne, die da rausgucken. Und in dem Moment, wo ich das hier hochdrücke, verschwinden die Zähne. Und dann kannst du es, wenn du es gerade reinsteckst, zack. Und dann ist drinne. So, und für unsere Elektriker, wir haben hier einen 11,1 Volt, 15 Ampere, 5000 mAh Akku. Und dann ist fertig. Und das ist der Lieferumfang. Das ist alles, was drinne ist. Und jetzt könnten wir den Knopf drücken und dann geht die auch schon an. Aber wir müssen noch Wasser reinmachen. Einmal rumdrehen, okay? So sieht die Enso von unten aus. Und die Bowl ist wirklich nur unten dieses Ding, was man da sieht. Und es ist eine Glas Bowl. Was bedeutet, wenn ihr eure Pfeife, eure Enso, mit auf ein Festival nehmen wollt, dann geht das aktuell in der Standardlieferung nicht. Es soll aber, so haben sie es mir zumindest auf der Enter Tabak gesagt, auch noch eine Plexiglas Bowl kommen oder eine Plastik Bowl. So, dass du dann halt auch deine Enso mitnehmen darfst, wo du kein Glas mitnehmen darfst. Und da machen wir jetzt noch einen Schluck Wasser rein. Da haben wir eine Markierung, wie viel Wasser rein soll. Und ja, warte, ich muss mal so halten, dass ihr gucken könnt. Ich aber auch. Wow, das ist nicht viel Wasser. Das ist nicht viel Wasser. Passt das so wirklich schon? So, dann so rum drauf und dann einmal drehen und das Ende ein bisschen fester und fertig. Und jetzt ist die Einsatz bereit. Also, wir müssen noch einen Kopf bauen. Hier oben kann man das, wie gesagt, abnehmen und da kommt dann gleich unser Pott hier rein. Und wenn wir den dann rausnehmen wollen, ohne dass wir uns die Fingerchen verbrennen, dann gehen wir gerade mit diesem Ding hier drunter. Und das funktioniert tatsächlich überraschend gut. Gut, und dann machen wir uns mal ran an den ersten Pott. Das Wichtigste bei diesen wiederbefüllbaren Pots ist natürlich, dass es uns ermöglicht, jeglichen Tabak zu nehmen, den wir möchten. Weil ein persönliches Problem, was ich halt mit der Uka habe, ist, dass ich kein Dark Blend rauchen kann. Ich rauche nun mal sehr, sehr gerne Dark Blend und ich kann keinen Dark Blend in der Uka rauchen. Natürlich könnte irgendwann auch Dark Blend Pots für die Uka kommen, aber aktuell gibt es keine. Und es gibt auch keine Möglichkeit für mich, einen Pot selber zu befüllen. Und hier kann ich aber Dark Blend rauchen. Und genau aus dem Grund werde ich auch einen Dark Blend jetzt testen. Und zwar einen Mix, den ich die letzten Tage häufiger geraucht habe, damit ich am besten merke, wie sich der Geschmack unterscheidet. So, wir gehen an die Kopfbau-Cam. Ein bisschen näher den Pot zeigen, so sieht das Ganze aus. Unten sind Löcher drin, Material ist, wie gesagt, Keramik. Und wir gucken natürlich auch, wie viel Tabak da jetzt reinkommt. So, das Ding wiegt, ist sie perfekt genullt? Ja, das Ding wiegt gerade mal 14,2 Gramm. Und ich mache mir jetzt den Mix aus Blaze Lemonciaga und Blaze Wiwi. Den habe ich die letzten Tage häufiger geraucht und denke, damit kann ich das am besten beurteilen. Und deshalb nehme ich auch genau den Mix. Und dann versuchen wir das natürlich, muss man natürlich sehr präzise hier reinfallen lassen. So, ich würde sagen, ich mache den einfach mal bis knapp unter den Rand. So viel Lemonciaga. Rest machen wir Wiwi. Wahrscheinlich ist es sogar bei diesen Enso-Pots besser, wenn man das draußen mischt. Ich probiere es jetzt erst mal so. Aber es ist ja auch nur ein Ersteindruck. So, und dann nehmen wir uns mal den Poker, weil wir müssen den Tabak schon noch ein bisschen verrühren und vermischen. Was mir Angel auf der Enter Tabak gezeigt hat, ist, es ist auf jeden Fall kein Problem, wenn man auch während der Session einfach mal ein bisschen den Tabak umrührt. Also das ist zum Beispiel auch kein Ding. Du kannst einfach kurz das Teil aufmachen und kannst da noch ein bisschen rumrühren. So, wir können auch ein bisschen Tabak reinmachen. So, noch ein kleines bisschen Tabak rein. So, ich mache das einfach mal, wie ich denke, dass es richtig ist. Also ich verteile das hier ein kleines bisschen. So, Seva zum Saubermachen. Einmal den Stecher. Ich glaube, damit kannst du auch wirklich jemanden umbringen. Die Gabel aus dem Tabak. So, gehe ich von unten hin und steche einfach mal ein bisschen in die einzelnen Öffnungen hier rein. In der Hoffnung, dass da der Durchzug besser von wird. Ob und wie viel das bringt, weiß ich nicht. Wir sehen aber auf jeden Fall, dass sich da drinnen was bewegt. Einfach mal random in ein paar von den Dingern reingestochen. Und dann machen wir unsere Dosen zu. So komisch, ne? Keine Kohle gelegt, nix. Ich bin jetzt einfach quasi fertig. So, dann schmeißen wir den mal in die Enso. 8,8 Gramm haben wir jetzt nur hier drinnen. Und dann machen wir hier oben auf, schmeißen den Pott da rein, machen das Ding wieder drauf. Und jetzt machen wir den ganz runter, wie sie gesagt haben. Und dann macht die Geräusche. Ich sage euch, wie es ist. Ich glaube, ich werde das Ding muten und nie wieder entmuten. Ja, also ich mache dann Geräusche. Und was auch cool ist, wenn du hier das Ding hochdrehst, dann wird auch dieser Balken da krasser. Seht ihr? Jetzt ist er voll. Und wenn ich die Intensität hier runterschraube, dann geht der Balken in beide Richtungen. Also aus der Mitte heraus wird er weniger. Dann hängen wir den da dran. Und dann warten wir sieben Minuten. Und dann nehmen wir den ersten Zug. Ich nehme mal den ersten Zug. Okay, wow. Das ist mehr, als ich gedacht hätte in so kurzer Zeit. Das ist nicht weltbewegend, aber das ist auch nicht scheiße für sieben Minuten. Durchzug könnte halt besser sein. Aber ist in Ordnung. Okay, wir gucken nochmal die Webseite. Wir geben der noch ein paar Minütchen. Wir gucken aber erstmal in den Shop. Da sehen wir dann einmal die Enso. 420 Dollar. 420 Euro ist derselbe Preis. Hier sind noch ein paar Bilder. Und hier sind noch Accessories. Da gehen wir jetzt mal als nächstes hin. Aber so wird die hier eben im Shop gezeigt. Den Ersatzakku kann man sich für 50 Euro ziehen. Rucksack gibt es für 100. Ein Ersatzschlauch für 20. Mundstück für 20. Oh, guck mal. Es gibt sogar schon eine Mouthpiece Extension. Nice. Ah ne, coming soon. Coming soon. Okay, alles coming soon. Also aktuell kannst du dir eine Batterie und einen Rucksack holen. Die drei Keramikdinger kosten 20 Euro. Mundstück Extension kostet ein Zwanni. Die Disposable Cups kosten 9 Euro. Da ist natürlich die Frage, wie viele sind das? Krass. Eine Glasbowl? Ein Zwanni? Das ist in Ordnung. Replacement Leather Strap. Also hier dieses Ding da oben drum. Kostet 5er. Enso Kopfbaumatte gibt. Und der Cup Removal Tool. Okay, die nennen das Cups. Also ein 20er Pack würde 9 Euro kosten und ein 50er Pack würde ein Zwanni kosten. Das ist okay. Das ist okay. Und das kann man, denke ich, auch dann verkraften. Für zu Hause nimmt man einfach die wiederbefüllbaren, aber mal für einen Urlaub oder so, wo man sich nicht sicher ist, geht da vielleicht was kaputt. Ich finde es auf jeden Fall eine geile Idee, einfach beides anzubieten. Und dann könnt ihr euch ja aussuchen, was ihr möchtet, was ihr geiler findet. Generell fühlt sich die Pfeife sehr, sehr gut an von der Verarbeitung. Ich hatte ganz kleine Makel. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Ich habe hier eine kleine Macke und hier oben eine kleine Macke. Das müsste jetzt nicht sein bei einem 420 Euro Gerät. Es ist jetzt aber auch nicht todeswild. Abgesehen davon mit den Magneten, mit den Schlauchanschlüssen und so, fühlt sich die Qualität erstmal sehr in Ordnung an. Aber da werde ich dann auch nochmal mehr drüber erzählen in meinem finalen Review. Wie gesagt, heute nur ein Ersteindruck. Ich kann euch noch nicht viel sagen. Wie lange hält der Akku? Wie lange kann man rauchen? Wie verhält sich verschiedener Tabak? Das ist das erste Köpfchen, was ich mit dem Ding rauche. Ich nehme euch mit. Ich sage euch, wie es sich anfühlt. Und wie es dann über die Zeit wird, erfahrt ihr dann in meinem Langzeit-Review, sage ich mal. Okay, ich habe nicht das Gefühl, dass es mehr wird. Also vielleicht können wir langsam hochdrehen. So, ich würde jetzt aber gerne nochmal in die User-Manual auf der Website mit euch zusammen reingucken. Vielleicht hätten wir auch, hier sind übrigens die How-To-Videos, die mache ich schon mal an. Okay, der User-Guide ist praktisch dasselbe. Ach guck mal, oh, du kannst sogar präzise die Gradzahl sehen. Okay, ein großer sind 15 Grad. Das heißt, jeder kleine Schritt sind 5 Grad. Krass, du kannst die 5 Grad genau einstellen. Das ist natürlich sehr, sehr nice. Kann ich hier ranzoomen? Ja, guck mal, so sieht es besser. Also wir können an dem Drehrad die Temperatur bis auf 330 Grad einstellen und das in 5 Grad schritten. Das ist schon sehr, sehr nice. Tipps und Tricks. Nicht jeder Tabak ist gleich. Wir empfehlen beim Starten der Enso auf der niedrigsten Temperatur, also 180 Grad zu sein und für 5 bis 8 Minuten aufzuheizen. Nach der Aufheizphase, wenn die Rauchentwicklung noch nicht genug ist, erhöhst du langsam die Temperatur in 15 bis 30 Grad Schritten und lässt immer 30 bis 60 Sekunden Zeit, bis das aufgeheizt ist. So, Tabak soll locker sein. Man soll mit dem Poking-Tool noch ein bisschen von unten helfen, damit die Luft auch gut durch kann. Wenn die Enso an war, dann bitte das Cup-Removal-Tool benutzen, damit man sich nicht verletzt. Jetzt, ich glaube, wir können ein kleines bisschen hochgehen. So, das sind ja 15 Grad. Wir machen mal 15 Grad Schritte. Ich mache mal 15 Grad mehr und dann gucken wir mal. Cleaning interessiert mich noch. Wie sollen wir die nachher sauber machen? Zeige ich dir mal. Kappe oben ab. Mit dem Tool den Pott rausnehmen. Batterie rausnehmen. Okay, wahrscheinlich so sicher ist sicher Ding. Wassertank entfernen, also die Bowl abmachen. Ach, da ist nur gesteckt. Okay, das gesteckte Tauchrohr abnehmen und dann einfach mit der Bürste durch oder was? Bis unten. Okay, bis jetzt haben die kein Wasser genommen. Ah, okay, die kleine Bürste ist also für die Schlauchartschlüsse. Cute, ja, gut. Ah, okay, die Purge-Ventile auch noch. Auch mit der kleinen Bürste. Okay, dann die kann man wieder mit dieser Drahtbürste sauber machen. Und auch die Bowl, also unseren kleinen Cup, unseren Pott auch damit sauber machen. Okay, Mundstück kann man auch mit der kurzen Bürste sauber machen. Ich glaube, da würde ich tatsächlich lieber eine andere nehmen. Weil die wird wahrscheinlich schon irgendwann siffig, die kleine, ne? Kann man natürlich auch. Krass, man kann die wirklich mit Wasser durchspülen. Das ist wild. Einfach mit warmen Wasser durchspülen. Das ist wild. Okay, ja, dann ist Reinigung ja auch kein großes Problem. So, wir haben jetzt noch ein kleines bisschen geraucht. Ich zeige euch mal zwischendrin die Rauchentwicklung, wie das mittlerweile aussieht. Wir sind immer noch auf der, auf 195 Grad sind wir noch. Und da sieht die Rauchentwicklung so aus. Nicht übel, aber ich glaube, da geht noch ein bisschen was. Und bis jetzt letztlich auch sehr angenehm rauchen. Generell Rauchverhalten. Sie hat ein Blubbern. Ich versuche euch mal das Blubbern zu zeigen als erstes. Übrigens, die Pfeife wird warm. Sehr warm oben drauf. Aber ich kann, ich glaube, ich könnte meine Hand nicht ewig hier drauf liegen lassen. Jetzt wird es langsam unangenehm. Aber es ist nicht so, dass du drankommst und du verbrennst dich gottlos. Also du kannst hier schon einfach deine Hand drauflegen. Es ist relativ hoch, das Geräusch. Man merkt, dass es eine recht kleine Bowl ist. Aber sie hat ein Blubbern. Das heißt, für das Shisha-Feeling ist das schon mal sehr, sehr gut so. Das ist aber auch ein schöner Handwärmer so im Winter. Wenn du draußen rauchst, Digga, kannst du immer mal schön die Patschehändchen draufpacken. Sehr gut. Durchzug ist relativ bescheiden. Also auch im Vergleich mit einer Tradie ist das relativ bescheiden. Also ich denke, die meisten Tradis haben einen etwas besseren Durchzug als die Enso. Der Durchzug, würde ich sagen, ist etwas besser als die UK. Ja, jetzt nicht weltbewegend besser. Es war ja schon bei der UK. Bei der UK war ja mein Fazit zum Durchzug praktisch. Ist nicht geil, aber akzeptabel. Hier ist es auch nicht geil, aber noch eher akzeptabel. Geräusche sind ziemlich cool, finde ich. Und Rauchentwicklung ist in Ordnung. Aber wir gehen jetzt auf jeden Fall mal die nächsten 15 Grad hoch. 1, 2, 3, 15 Grad mehr. Also jedes Klick, was man halt hört, wenn man das Rädchen dreht, sind halt immer 5 Grad. Und so gehen wir jetzt mal langsam hoch. Wenn ihr Vorschläge habt, was ich alles probieren soll mit der Enso, was eurer Meinung vielleicht am besten funktioniert, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare von dem Video. Und dann werde ich das noch ausprobieren. Das sind alles Sachen, die werde ich dann erzählen und erklären in dem finalen Review. Heute ist ja wie gesagt nur unser erster kleiner Eindruck. Also ich melde mich mal zwischendrin, je nachdem wie der Rauch so ist. Es kam eben noch die Frage, ob man einen zweiten Schlauch anschließen kann. Und ja, das kann man. Aber du hast halt das Problem, dass du dann keine Kugel hast. Also du würdest Luft ziehen. Sprich, du kannst einen zweiten Schlauch anschließen, aber dann musst du halt zuhalten. Ansonsten zieht der andere Luft, weil du halt die Kugel nicht drin hast. So, wir sind auf der nächsten Stufe von der Temperatur. Und ich zeige euch wieder die Rauchentwicklung. Ich würde sagen, das ist mehr als bei der UK. Und wir sind halt immer noch, was haben wir jetzt hochgemacht? Wir haben jetzt 30 Grad hochgemacht, oder? Also sind wir bei 210 Grad. Wir haben ungefähr ein Drittel von der Power gegeben, die wir geben können. Oder zumindest in dem Bereich, wo wir es einstellen können, haben wir ein Drittel erst nach oben gestellt. Also da würde noch eine Menge gehen. Und das ist meiner Meinung nach auch extrem gut so. Weil wenn du auf der Mitte dann sagen würdest, oh, jetzt ist es zu viel Hitze, ist das ja tausendmal besser, dass du da dann sagst, jetzt ist zu viel, als wenn du das Ding voll aufdrehst und dann merkst, das reicht irgendwie immer noch nicht von der Hitze. Wir stellen sie jetzt mal nochmal 15 Grad hoch. Also eins, zwei, drei Klicks nach oben. So, jetzt haben wir 45 Grad erhöht. Das erste kleine Zwischenfazit zum Geschmack. Da ist keine Kohle drauf. Und das heißt, so wie bei der UK, so wie beim Nevo, der Geschmack fühlt sich deutlich klarer an. Jetzt habe ich allerdings zum allerersten Mal einen Dark Blend in so einer Pfeife. Bei einem Nevo kannst du es natürlich auch machen, aber bei der UK habe ich zum Beispiel keinen Vergleich mit Dark Blend, weil es schlicht und ergreifend nicht geht. Und da merkst du jetzt auch wieder ein bisschen mehr Grundtabak, was aber gut ist, weil so sollte es bei einem Dark Blend sein, meiner Meinung nach. Du hast trotzdem dieses geile Erlebnis von, du schmeckst gefühlt 20% mehr Aroma, als du es bei einer Pfeife mit Kohle machen würdest. Es ist, ich kann es, jedes Mal dasselbe Erlebnis, wenn du irgendwas ohne Kohle rauchst. Also wenn du Shisha-Tabak ohne Kohle rauchst, hast du jedes Mal wieder dieses Erlebnis, dass du dir denkst, krass, so sehr schmeckt man also bei normalen Shishas doch die Kohle, ohne das zu raffen. Rauchentwicklung gucken wir jetzt einfach mal direkt zusammen. Ganz leichtes Kitzeln im Hals haben wir am Start, aber nicht wild, aber man merkt so, man merkt, da passiert irgendwas im Hals. Nikotin, das ist also für alle Dark Blend-Raucher Nikotin-Level. Ich würde sagen, ich vermisse immer noch Nikotin im Vergleich zu einer normalen Pfeife. Wahrscheinlich, weil man nicht genauso ballern kann, vielleicht auch wegen der Tabakmenge, vielleicht auch wegen der Rauchmenge, weil je mehr Molasse dort verdampft wird, umso mehr Nikotin könnte tendenziell auch produziert werden durch den Tabak und dann transportiert werden durch den Rauch. Ich habe immer noch das Gefühl, dass es mir einen Ticken zu wenig Nikotin ist. Aber im Vergleich zu der Uka ist das natürlich eine Milliarden Mal geiler. Also die Uka wegen Nikotin rauchen lohnt sich nicht. Für einen Dark Blend-Raucher. Für einen Dark Blend-Raucher. Ja, also ganz leichtes Kratzen im Hals. Kratzen ist fast zu dramatisch ausgedrückt. Das ist mehr so ein Kitzeln im Hals. Aber nicht dieses normale Nikotin-Kitzeln. Das ist schon ein spezifisches Enso-Kitzeln. Angemacht vor 52 Minuten. Und Rauch ist auch nice. Wild. Okay. Wir testen weiter. Wir melden uns wieder. Freunde, ich habe eben einen Zug genommen. Und die Rauchentwicklung? Hallo? Excuse me? Voll nice. Aber man schmeckt. Das ist langsam Grenze. Also ich glaube, wenn ich die jetzt noch heißer machen würde, dann würde ich relativ schnell merken, dass das war es dann für die Hitze. Also für eine elektrische Shisha beschwere ich mich da jetzt nicht. Gut. Ungefähr eine Stunde am Rauchen. Ich melde mich wieder. Ich kann mir die nicht länger zusammenreißen. Ich muss das Ding jetzt einmal umrühren. Ich will wissen, was passiert. Ich hole mal diesen Stecher. Und dann rühren wir das Ding jetzt einmal um. So. Das heißt, wir nehmen uns die Enso. Machen hier oben diese Kappe ab. Die kann man zum Glück easy anfassen. Und dann, weil ich versuche euch mal den Tabak zu zeigen. Ich kann halt nicht zu weit kippen. Ja. Und dann stochere ich hier einfach mal ein bisschen drin rum. Und verteile den so ein bisschen. Ich rühre einfach ein bisschen. Ich stoche einfach ein bisschen. Hier sind ein paar Fetzen rausgeflogen. Was natürlich auch wild ist, was ich auch noch testen werde. Es könnte natürlich auch gut funktionieren, dass man einfach zwischendrin noch mal noch mal ein bisschen Tabak nachlegt. Dass man sagt, ne, ich will eigentlich doch noch ein bisschen länger. Mach ich einfach mal noch mal. Weißt du, du baust deinen Kopf mit 8 Gramm und du legst einfach irgendwann noch mal 4 nach und rauchst einfach noch einen Ticken länger. So. Könnte natürlich klappen. Dann machen wir jetzt mal wieder den Deckel drauf und gucken mal, ob das was geändert hat. Geben mir kurz Zeit. Ich tu den Stecher weg. Und dann nehmen wir mal einen Zug. Könnte geisteskrank scheiße werden. Könnte geisteskrank nice werden. I don't know. Durchzug ist leichter geworden. Und ich würde sagen, rauchst auch besser geworden, oder? Not bad, Digga. Okay, wie immer. Wir rauchen weiter. Ich melde mich, wenn was passiert. Mir ist eben aufgefallen, dieses Griffstück. Da ist hier dieses Silikon-Pad-Ding drüber. Hier. Und unten drunter ist aber so eine geile, so eine geile, ganz leicht gerendelte Oberfläche. Das fühlt sich so fast besser an. Warum machen die dieses Ding drüber? Ist das ein Schutz? Ich finde das so eigentlich cooler. Ah, damit das Teil nicht die Enso verkratzt, weil die ja magnetisch ist und man hier das Mundstück dranhängen kann. Aber es könnte natürlich sein, dass man an den Schlauch kommt und das sich ein bisschen bewegt. Ja, okay. Damit man die Enso nicht verkratzt, ist das natürlich smart. Also wenn man das Mundstück da dranhängen will, magnetisch, ist das natürlich eine gute Nummer. Na, okay, 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 okay. Also wir rauchen jetzt ungefähr eine Stunde, zehn Minuten und ich merke langsam, dass der Geschmack abflacht. Das ist noch nicht so, dass ich jetzt sagen würde, boah, ich brauche jetzt unbedingt sofort einen anderen Kopf. Aber man merkt langsam so, da sind halt nur neun Gramm Tabak drinnen. Und ich habe ja normal immer so die Regel mit Pi mal Daumen, fünf Gramm Tabak kannst du eine halbe Stunde rauchen. Heißt also, mit zehn Gramm würden wir bei einer Stunde rauskommen. Jetzt haben wir mit neun Gramm schon eine Stunde zehn geraucht. Er würde aber wieder dieses typische elektrische Shisha-Rauchen bestätigen, dass da einfach nochmal ein bisschen mehr aus dem Tabak rausgekitzelt werden kann, bevor der fertig ist, verbrannt ist, whatever. Also bevor der Kopf halt durch ist. Der erste Pot in der Enso, der erste Eindruck wirklich gut. Rauchentwicklung ist besser als bei Konkurrenzprodukten. Der Geschmack ist, wie man das gewohnt ist von der elektrischen Shisha, deutlich klarer halt ohne den Kohlegeschmack. Das ist wild. Durchzug ist auch akzeptabel. Wo soll ich meckern? Ich kann sie über USB-C laden. Ich kann sie an der Powerbank laden. Das Ding ist quasi eine Powerbank. Ich kann meinen eigenen Tabak benutzen. Ich kann beim Kopfbau rumspielen. Ich kann Darkland benutzen. Ich bin nicht ansatzweise an der maximalen Hitze von dem, was ich einstellen kann. Ich habe minimale Beschädigungen an dem Gerät. Habe ich euch vorhin gezeigt. Der Durchzug könnte besser sein. Das ist ein Kritikpunkt. Durchzug könnte besser sein. Wenn es gehen würde, würde ich mir natürlich wünschen, dass sie günstiger ist. Aber abgesehen davon habe ich echt nicht viele Baustellen, wo ich meckern will. Also klar, noch mehr Rauch und noch mehr Rauchvolumen so, würde ich nicht nein sagen. Ja, vielleicht, dass man einen eigenen Schlauch anschließen kann. Das wäre noch cool. Aber abgesehen davon habe ich hier für den ersten Eindruck gar nicht so viele Kritikpunkte. Okay. Ich sage noch Bescheid, wie lange der Kopf dann final lief. Aber es ist ein wildes Ding. Freunde, wir sind jetzt an dem Punkt, wo ich sagen würde, geschmacklich würde ich mir jetzt ein neues Köpfchen anmachen. Zur Erinnerung. Da sind 8,8 Gramm drin. Und das Ding läuft jetzt 1 Stunde 35. Das ist schon viel mehr, als ich erwartet hätte mit 9 Gramm Tabak. Also wenn wir uns mal überlegen, wenn wir einen normalen Shisha-Kopf nehmen und wir nehmen einen Low Load. Und wir machen da echt relativ wenig Tabak rein. Also für 9 Gramm, so wie ich rauche, kommt schon fast nicht hin im Low Load. Da rauche ich maybe eine Stunde. Und mit den 8,8 Gramm jetzt über anderthalb Stunden zu rauchen. Und die Rauchentwicklung ist immer noch solide. Ich zeige dir euch mal. Ich merke aber, dass der Geschmack deutlich nachlässt. Und es schmeckt langsam auch ganz leicht verbrannt. Also sagen wir mal so, ich merke, der Großteil der Molasse ist weg. Und so langsam geht es eher an das Tabakblatt, als an das Verdampfen von der Molasse. Aber Digga, das ist saugut. Also der allererste Pot, den ich hier mit der Enso rauche. Ich bin sehr positiv überrascht. Das ist noch nicht ein kompletter Ersatz für, ich baller mir einen Dark Blend in einem geilen Setup mit vier Kohlen auf dem On-Mode drauf. Das ist es nicht. Aber ich glaube, es ist die beste All-in-One-E-Shisha, die ich bis jetzt gesehen habe. Von allen Featuren drum und dran. Ich werde die jetzt in aller Ruhe die nächsten Wochen testen. Und dann gibt es nochmal ein komplettes Fazit, ein komplettes Review, wo ich alles nochmal durchgehe. Wie war die Reinigung? Wie waren die Erlebnisse? Wie habe ich die Pots gebaut? Wie kriegt man am meisten Rauch daraus? Wie kriegt man am meisten Geschmack daraus? Werde ich alles nochmal in aller Ruhe machen. Und dann sage ich euch Bescheid, wie es wird. Und dann sage ich euch Bescheid, wie es wird.